Willkommen zum Seminar Methoden im Projektmanagement. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Die Wahl der passenden Projektmanagement-Methode ist die Grundlage für jedes erfolgreiche Projekt. Projektmanager können auf ein breites Portfolio bewährter und moderner Projektmanagement-Methoden zugreifen. Nicht alle Tools und Methoden eignen sich jedoch für jedes Projekt. Projekte haben individuellen Anforderungen, Risiken und Rahmenbedingungen, die über den Einsatz von Projektmanagement-Methoden entscheiden. In unserem Seminar lernen Sie verschiedene Methoden, Tools und Techniken für die Praxis im Projektmanagement kennen. Sie entwickeln ein Gespür dafür, welche Ansätze Sie in welchen Projekten einsetzen können. Das Seminar eignet sich für Einsteiger und Fortgeschrittene, die neue Handlungsoptionen für ihre Projekte entdecken möchten. Wir empfehlen jedoch Grundkenntnisse im Projektmanagement. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. kommunitätQ- und Vor Eternal Rahmenbedingungen 1.离isibe 1.离isibe 1.tsk 1. Penn 1.tsk 1.s www.ifm-business.de